Die am häufigsten gestellte Frage ist, was kostet eine Augenlaserkorrektur? Der Preis der Augenlaserkorrektur hängt von der Methode ab. Wir haben Methoden, die sind etwas günstiger und wir haben sehr moderne Methoden, die sind natürlich etwas teurer, weil die Geräte viel teurer sind. Falls Sie kein Kandidat für eine Sehfehlerkorrektur mit dem Laser sind, dann gibt es auch Optionen mit der Linsenimplantation oder Linsentausch und das kostet noch etwas mehr. Hinterlassen Sie uns bitte Ihre E-Mail und wir werden Ihnen eine komplette Preisliste zukommen lassen.